uhr hallo und herzlich willkommen zurück zu der zweiten folge im let's play minecraft ich hab die map verbummelt die ursprüngliche beziehungsweise aus Versehen gelöscht und deswegen müssen wir nochmal von vorne anfangen und ja ähm wie ihr vielleicht seht ist dort so ein Turm, damit habe ich nichts zu tun, da schwöre ich auf mein Schwein, was ich nicht besitze ja ähm die Stimmung ist gut wie ihr vielleicht seht haben wir hier Remington Muni schön mit der Remington schwimmen gehen und ja dort hinten sind sch... scharfer shit shit oh ups aber wir sollten jetzt auch nicht so mit der Munition uns rumbleiben, weil so unendlich haben wir jetzt auch nicht und ich werde jetzt hier nochmal so ein bisschen rumbauen oder das sind die Kühe wir werden jetzt hier noch so ein bisschen Holz abbauen das übliche als erstes brauchen wir hier eine Brücke das ist wohl so ziemlich das wichtigste Anfang weil ich hab keinen Bock die ganze Zeit hier zu laufen sondern einfach viel zu blöd aber was wir auch machen können wir können uns auch einfach drüben um die Bäume anpflanzen das würde auch gehen ah perfekt nicht wundern das was wir jetzt hier ausfüllen wird mal alles ein schönes Bauwerk ich hab mir eben so überlegt ich hab mir eben so überlegt dass wir hier was geiles draus auszaubern können aus diesem Berg was aber auch dauert es sieht geil aus einfach nur geil am Ende das kann ich euch jetzt schon sagen das war ein bisschen schissener Ausblick aber das machen wir auch schon weg und da bekomme ich direkten Anruf und ja wenn ihr das jetzt hören solltet ich packe ihn jetzt ein klein wenig näher ins Mikro ran und ja was wir jetzt eigentlich auch machen könnten ist ein neues Projekt umkündigen weshalb dieser Kanal momentan ein bisschen ruhiger tritt also alles wird noch kommen Minecraft auch jetzt so seitdem ist das Let's Play jetzt am Anfang und ja wir stellen jetzt einfach mal das neue Projekt vor was bald rauskommen wird das heißt Minecraft Liberty und sag du mir jetzt deine Meinung dazu Ja, ich freu mich übrigens auf das Projekt einfach da schauen drauf weil das allererste Minecraft Projekt ist was wir denn beide zusammen erstmal spielen und dann sogar noch auf einem Kanal und ja in letzter Zeit geht mit also da sprechen wir beide nur noch darüber und ich freu mich übrigens drauf ja und es ist halt einfach ja sag du mal deine Meinung also ja ich freu mich auch schon übelst drauf also wird auch übelst lustig ähm besonders weil wir ja dann zusammen im Thema gehen gegen gegen Bösewicht aber da möchte ich jetzt noch nicht zu sehr spoilern weil das ist ja auch kacke und ja ja das ist doch eigentlich kacke ja ähm es wird noch also es wird nicht so früh starten es wird erstmal nächstes Jahr also es heißt 2017 im Februar starten und ja ja hast du jetzt noch irgendwas dazu zu sagen ne dann ist gut und ich probiere gerade irgendwie in dem Spiel zu verstehen wie man so eine Halspistole baut ja gibt es kein Crafting Recept für ja bei den meisten oder gibt es ja bei den meisten ne ne aber irgendwie gibt es hier also speziell jetzt für diese Pistole gibt es ja schon ein Crafting Recept oder ich muss mal am Amboss gucken ob hier was anderes ist aber ja 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 ich muss ja die oder Kampfachst den ich noch nicht gönnen möchte oder die Kaka ist ähm ja 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 So, jetzt möchte ich ja trotzdem ein bisschen so lange Schwert gehen. So, ja, der Pfad geht jetzt auch schon mehr acht Minuten und ich habe eine Höhle gefunden, geil. Die werden wir auch noch erkunden und hier backt irgendwie erst Wasser. Ja, letztlich ist das. Lass bitte die Lava hinchen, lass bitte die Lava hinchen. Jo, perfekt, die Lava ist, oder? Das stimmt. Ja, und was machst du gerade? Ähm, ich sitze gerade an dem Tablet. Ja. Und was guckst du schon wieder hin? Ne, ich schreibe hier gerade, das darf ich in die Projekte noch. Ach so. Jetzt haben die Zuschauer mal gerichtet, ich werde jetzt hier erstmal gucken, was in diesem Ton drinnen ist. Weil es würde mich schon sehr interessieren. Und deswegen habe ich auch die schöne Waffe. Um hier einfach mal in der Schrotflinte drin zu legen. Hier geht es einfach. Hier ist ja Wasser gerückt, da wir bei. Beim Notfall würde ich dieses Ding hier ein bisschen umbauen. Und schon haben wir ein schönes Häuschen. Hier sind wir noch ein Crafting Table. Wie es ausschaut, ist das Ding bisher, also hier sind keine Mobs. Schon wenn ich einmal jetzt eh scheiß da habe, schon. Und ich fall runter, aber zum Glück ins Wasser. Also so lange wird es jetzt doch nicht gehen. Ich würde sagen, hau rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.